herzlich willkommen ein neues unboxing lange gewartet ist jetzt angekommen mein paket schauen wir sofort was auf dieser paket drin ist mach ich ganz schnell auf sehr gut verpackt ja genau mein neuer mikrofon meteor mic für die firma samsung nicht zu verwechseln der firma samsung ist ein top mikrofon für jeder youtuber also ich glaube einer der meiste benutzt mikrofon das jeder youtuber zurzeit nutzt schwarz samsung media von mir mache ich weiter mit dem samsung media so dass ihr gleich den unterschied merken könnt jetzt mal ich kann schnell auch hier intern mit einer schere ganz vorsichtig auf bin sehr neugierig tolle karton wie bei apple fast sehr schick gefällt mir sieht man das mal an sehr schön auch sehr schwer dieser retros teil gefällt mir wirklich sehr sehr schweres mikrofon 25 millimeter große membran mikrofon und sehr praktisch von diesem mikrofon ist auch die füße also brauche ich keine stativ so sehr einfach zu bedienen und hier hinten haben wir usb anschluss climate ich mache kurz scharf dann kann man ein bisschen besser sehen so jetzt also hier hinten usb anschluss und auch 3,5 millimeter anschluss vor die von den audio so das war es eigentlich ein tolles mikrofon ja gehört schon eigentlich den unterschied schauen wir noch was auf dem pack und drin ist hier ist denn usb kabel finde ich sehr lang geschätzt 1,5 meter was haben wir noch hier drinnen noch eine stofftasche samsung ja selbstverständlich nehme mein mikrofon überall mit mit der stofftasche dann die tasche ist leer und was haben wir noch hier die übliche anleitung mini anleitung beziehungsweise hier qr-code wo wir ein paar videos angucken können beschreibung aber ganz ehrlich mikrofon usb anschließen gleich los keine treiber nutze ich auf meinem mac sofort erkannt so sieht sehr schick aus audio gefällt mir ist ein großer unterschied und ja danke für die zuschauer ich hoffe dass das video gefällt